Hey Leute, wie geht's, wie steht's? Hier ist der Russian Gamer und ich heiße euch heute Herzen Willkommen zurück bei Let's Play, Time for a Penny's Sister Location und wir haben im letzten Part ein Informationsvideo gehabt, auf jeden Fall, und da habt ihr gesehen, wie man das Spiel abschließt und damit haben wir auch die geheime Nacht freigeschaltet und die werden wir jetzt in der 5. Nacht freischalten. Also sehen wir uns gleich bei Babywerke, bis gleich. So, also wir sind jetzt hier in der 5. Nacht wieder und ein bisschen die geheime Nacht freischalten. Das machen wir folgendermaßen. I must be careful not to move. So, wir nehmen die Code Design. There is a passcode that you must enter before you can retrieve me. Enter the code carefully. 3 1 2 5 6 5 6 7 6 8 8 9 8 9 9 9 10 9 10 10 10 10 10 10 10 11 12 12 13 14 15 15 Egal, das machen wir gleich aber mit, da wäre Zeit. So, ähm, also wir müssen wahrscheinlich, um die geheime Nacht freizuschalten, ähm, wenn wir gleich auf dem Rückweg sind, also wenn wir gleich Baby, ähm, weggeschickt haben, dann müssen wir, ähm, wenn sie sagt, geh vorwärts, müssen wir vorwärts gehen und nach rechts gucken, oder nach rechts gehen, das weiß ich nicht genau, wie wir das jetzt machen sollen, ob wir das mit nach rechts gucken oder nach rechts laufen müssen, aber ich schätze mal gucken, und daher, und dann sollten wir die geheime Nacht freischalten, angeblich. Was dann uns erwartet, weiß ich allerdings nicht, deswegen, bin ich gespannt. Ich weiß nicht, ob ihr hier rennen könnt, also gewöhnlicherweise kommt ihr hier gar nicht, aber ich will kein Risiko eingehen und nochmal sterben. Ich will mich trotzdem mal ein bisschen jetzt. Falls doch irgendwas kommen sollte, man weiß ja nie. Ich meine, Five to Fettis hat ja so viele Geheimnisse und Easter Eggs und was weiß ich alles. Okay, das ist er da. So? Motion Trigger, Parts and Service. Great job, Reaching Parts and Service. Circus Baby has been deactivated for an unknown reason. It's your job to make sure she is structurally stable and secured to the conveyor. Our technicians will take it from there. So. Okay, wir müssen den Code wahrscheinlich schneller eingeben, aber ich werde ein paar mal sterben wahrscheinlich. Can you hear me? I'm pretending. Remember how I said I could pretend? The cameras are watching. I must be ca- So. Für so ein bisschen. There is a passcode that you must enter before you can retrieve me. Enter the code carefully. Six. One. Three. Seven. One. Eight. Eight. Four. One. One. Good. A hat should have opened. Take the card that you find inside. Now you must turn. So, jetzt versuchen wir das malen. Ich hoffe, dass wer am liefer muss jetzt nochmal machen. Aber wir versuchen es nochmal. Aber wir versuchen es nochmal. Ich bin echt gespannt. Ich bin echt gespannt. Ich bin echt gespannt. Ich bin echt gespannt. Ich bin gespannt. Und gespannt, was auf uns wartet. Ich bin echt gespannt. Ich bin echt gespannt. Geheuert. Geheuert. Es scheint, dass Sie in eine restriktiven Umgebung gewandert haben. Dadurch der sensitiven Natur der Materialien, die Sie hier angeboten werden, werden Sie nicht verlassen werden, bis die Kruppkrupp auf 6 Uhr kommt. Geheuert. Seid ihr sicher, dass Sie bereitgestellt werden, getötet werden und dann nach Hause gebracht werden. Danke, dass Sie ein Arbeitnehmer sein. Wir hoffen, dass Ihre Erfahrung nicht so regrettbar als unsere. Und gucken mal links und rechts, ob wir nicht noch jemanden haben, der uns töten will. Ich weiß nicht, mit wem... Ich glaube, wir müssen erst machen, wenn wir noch näher dran ist. Und wir müssen versuchen, Strom zu sparen. Warum hast du mir nicht vertraut? Warum hast du mir nicht vertraut? Was? Okay, er ist weg. Gut. Manchmal verstehe ich nicht, warum Menschen die Dinge, die sie angeboten haben. Links, 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 links. Noch nicht. Jetzt. Ich dachte, du magst mich. Guck mal. Ich schätze mal, dass die Stimme eher diesem Viech gehört. Was auch immer das ist. Wir haben 1 Uhr morgens nur 73 Prozent. Wir haben 1 Uhr morgens nur 73 Prozent. Das ist nicht gut. Rechts ist der Nächste. Warum hast du mich da reingelockt? Ich hole dich nicht erst. Wir haben dich. Wir haben dich. Jetzt kommen dich. Wir werden dich davon aus. Wir können dich. Dies machen uns splann. Diesprache. Wir können dich. Ich hab jetzt voll Angst vor dem Jumpscare, Leute. Das Filter kommt von oben. Ja. Noch nicht. Jetzt. Jetzt. Puh, das wird ganz schön anstrengend, weil zwei Uhr morgens sind 60%. Das ist überhaupt nicht gut, Leute. Wenn man das mal mit dem ersten Teil vergleicht, dann ist das gar nicht gut. Das ist ziemlich heftig. Aber das Prinzip gefällt mir. Wenn du auch die Custom-Lights sind, dann werde ich den auf jeden Fall spielen. Auf alle Fälle. Er ist weg. Wir hören ihn also mit Geräuschen. Wir sollten trotzdem immer nachschicken. Wenn du uns so findest, dann werden wir nicht mehr versuchen. Du musst uns helfen. Du musst uns helfen. Du musst uns helfen. Er ist recht, Gerrit. Beim nächsten Geräusch. Ein Geräusch. Er ist recht. Du musst dich mit ihr sein. Er ist recht. Ich verstehe. Er ist recht, ich verstehe. Ein Geräusch. Du wirst nicht sterben. Und es wird nur für einen Moment verhauen. Du wirst. Du wirst. Und es wird nur für einen Moment verhauen. Ich weiß nicht mehr. Okay. Wir können Strom sparen. Boah, ich bin nicht angespannt. Das wird knapp. Das wird sauknapp. Das ist... Wow. Wir haben ihn nicht gehört. Das ist krass. Er ist weg. Er bewegt sich schnell. Wir sollten jetzt alle paar Sekunden abchicken. Wahrscheinlich oben. Noch nicht. Jetzt. Boah, auf 3 Uhr morgens sind 30% knapp. Das wird anstrengend. Das wird sehr, sehr anstrengend. Er ist umher. Ich habe ihn nicht gehört. Ich habe ihn nicht gehört. Er ist links. Hallo. Hallo. Ja, hallo, Kumpel. Hallo? Nein, ich bin nicht da. Kein Hallo. Ich bin nicht zu Hause. Geh bitte weg. Du nimmst mir meinen Strom. Ich will nicht sterben. Boah. Es wird klapp. Es wird klapp. Aber vielleicht haben wir es... Oh, er ist rum. Nein, Kumpel. Ich bin nicht da. Geh weg, Mann. 4 Uhr morgens. Das wird so close, Leute. Das schaffen wir, glaube ich, nicht. Ich bin nicht mehr. Scheiße. Ich kriege Parling, Leute. 2% Oh, scheiße Fuck, okay Alles klar Oh mein Gott Das ist geil, das ist geil, Leute Was? Nein Oh, wir müssen alles von vorne Oh, das ist natürlich nervig Okay, dann sehen wir uns gleich, Leute Bis gleich, bye We hope that your experience has not been as regrettable as ours Why didn't you trust me? Why didn't you trust me? Why didn't you believe me? Sometimes I don't understand why people do the things that they do I thought you liked me I thought I did everything right We don't want to hurt anyone But we need you Why did you need me? Hm? Willst du mich umbrennen? Wolltest du mich umbrennen? Hast du getan? Oh, shit Nein Was ist das? Das war unnötiger Strom Tür zu Kommt von links Kommt nicht rein Vergiss es 62% 2 Uhr morgens heute Das ist warum du hier kamst, um mit ihr wieder zu sein Ich verstehe nicht Ich werde nicht sterben Und es wird nur für einen Moment Ich werde nicht sterben Ich werde nicht sterben Ich werde nicht sterben Ich werde nicht sterben Das Ding ist Ich muss ja mal nachschicken Ob er nicht weg gegangen ist Oder er doch vor der Tür steht Ich werde nicht sterben Ich werde nicht sterben Ich werde nicht sterben Ich werde nicht sterben Das war Stromverbrauch Scheiß Ich werde nicht sterben Ich werde nicht sterben Ich werde nicht sterben Ich werde nicht sterben Und rechts Nein, nein, nein Nein, nein Er ist weg Er ist da Er ist da Ich werde nicht sterben 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 instal Bin ich da. Hau ab! Nein, 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 komm! Ach, das ist dann los. Das gibt's doch nicht. Ich weiß auch nicht. Ja, ich bin in Panik gekommen und das hat mich... Da, verdammt! Boah, das ist echt nervig, dass man jetzt wirklich alles immer vorne machen muss. Auch mit Baby am Anfang den Code eingeben und wenn man mal Raum kommt und dann wieder nach rechts laufen muss, das nervt mich so ein bisschen. Aber es lief besser. Das ist gar nicht mal so easy. Ja, Leute, ein Versuch starte ich noch. Das heißt, wir sind gleich wieder bei der Stelle, wo die Nacht beginnt. Und diesmal, dann werde ich wahrscheinlich gar nicht gehen, weil ich komplett versuche, mich zu konzentrieren. Nein, ich bin wieder. Ja, ich bin wieder. Ja, ich bin wieder? Oh, das ist das erste Mal, denn ich bin eine Zeit. Ich bin wieder in der Stelle. Oh, das ist alles. Also, ich bin wieder. Also, ich bin wieder. So, ich bin wieder. Ja, ich bin wieder. Danke, dass du ein Arbeitgeber bist. Wir hoffen, dass deine Erfahrung nicht so schrecklich war als unsere. Warum nicht du mir vertraust? Die Power geht auch so schnell runter. Also, bis hier kommen noch keine Geräusche. Warum nicht du mir vertraust? Warum nicht du mir vertraust? Manchmal verstehe ich nicht warum die Leute machen die Dinge die sie machen. Manchmal verstehe ich nicht warum die Leute machen die Dinge, die sie machen. I thought I did everything right. We don't want to hurt anyone, but we need you. We need you so that we can- We need you so that we can hide. We need you so that we can look like you. If they find us like this, we won't be able to try again. If they find us like this, we won't be able to try again. You must help us. You must let us inside the room. 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 There is still one. 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 We have still to fear. I don't understand. Komm, fünfermongs, fünfermongs, gimme ne fünfermongs. Wir können es schaffen. Wir können es schaffen. Wir können es schaffen, Leute. Jetzt! Nein! Geh weg! Hau ab! Boah, ist wirklich sauklapp. Nein! Nein! Wir hätten es schaffen können. Ach Leute, Mist. Ne, das brauchen wir jetzt nicht. So knapp davor, Leute. So close davor. So sauknapp. Aber, Leute. Jetzt wissen wir auf jeden Fall, wie es funktioniert. Und ich schätze, im nächsten Part werden wir es schaffen. Allerdings wird der Part wieder ein bisschen ein paar Tage später erst kommen. Daher, dass wir jetzt zwei Hauptprojekte haben. Und zwar Undertale und The Walking Dead. Und, naja, sehen wir uns beim nächsten Mal bei Let's Play 5. Bei der fünften Nacht. Dementsprechend bei der geheime Nacht, die wir abschließen werden. Und es diesmal wahrscheinlich auch stellen schaffen werden. Hoffe ich. Also gebt mir noch einen Daumen nach oben. Nach oben dafür, meine Gute. Und vergesst nicht mich zu abonnieren. Ich würde sagen, Leute haut rein. Bis dann. Ciao, ciao. Yashin.